Über Trommelrad legen oder so. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Was das? Möchte er auch mit mir handeln. Warum wollen denn immer alle mit mir handeln? Den Gegner, mentaler Kraft, Schwabe zu bündeln. Hört auf, mit mir Sachen zu handeln. Was ist das? Saint Morning. Was ist das? Annehmen. Ich kann meine Fähigkeit nicht benutzen. Saint Morning. Soll ich da jetzt hin? Das für ein dämliche Scheiß. Jetzt kommt jemand auf, ob ich da jetzt hin soll. Seelengebunden. Rest. Reskill. Okay, erst mal. Was soll ich denn in Saint Morning die nächste Stadt benutzen? Okay. Mal gucken. Du kannst wegen des Hindernisses diesen Skill nicht verwenden. Du hast nicht das Recht, diesen Skill zu verwenden. Ich hab nicht das Recht. Mit Recht. Ich brauch ein Recht dafür, das zu verwenden. Offensichtlich. Doch, eigentlich ganz bekackt im Kopf. Und du hast es nicht. Boah, ich hab keine Lust mehr. Ich bin schon gleich. Das bringt mich zum Weinen, das Spiel. Äh, es hat gewunzt. Dein Test war erfolgreich. Ich geh jetzt von dieser Stadt aus. Ich bin jetzt in irgendeiner Stadt. Du kannst mit dem Blinky nach Saint Morning. Ja, ich bin ja da. So. Aber ich bin jetzt gerade... Hier ist kein... Hier sind's... Was? Hier gibt's keine Gegner. Dann wacht ihr, Gegner. Vielleicht ein paar Leute. Hey. Äh. Ich bin jetzt... Alter, das ist hier. Hier. Ich hab hier. Beste, beste, beste Kollisionsabfrage. Überhaupt. Ich bin so glücklich. Lädt das Spiel noch? Oder warum ist hier nichts? Hat der echten Mod ein Item gegeben? Wie rundver ist das? Da steht Mod. Folg mir. Okay, ich folge ihm. Was für ein Assi. Ich will auch ein Item. Ich hab immerhin einen Giraffen. Wie schnell ist er? Das ist ein Moderator vom Spiel. Hier ist ein Riesen-Lol. Ey, der Dodo ist bei mir. Der Riesen-Dodo? Ja. Der Riesen-Dodo ist so imber. Und der haut mich. Oh nee, das ist er gar nicht. Das ist so ein Puke-Puke. Puke-Puke. Wo rennt er denn mit mir hin? Warum bin ich eigentlich nicht stärker geworden? Kannst du mir mal sagen, ich mach bei einem Level 17er genau so viel Schaden wie bei einem Level 7. Du rennst in die falsche Richtung, Flo. Warte, warte, warte. Du rennst angeblich in die falsche Richtung. Ich renne, ich, ja, er sagt, folg mir. Ach so, dann folge ich ihm. Vielleicht zieht er mich jetzt auch irgendwann in irgendeinen Wald und vergewaltigt meine Seele. Das, das wird's so sein. Das kostet nur Geld, ne? Das kostet nur Geld, ne? Du, ich hab nicht so richtig Ahnung, wo er hin will. Vielleicht, ich bin jetzt gerade in der St. Morning Stadthalle. Wahrscheinlich PvP und dann killt er mich einfach. Ja, der löscht dich gleich aus dem Spiel. Genau. Und aus dem Leben. Er hat aber nicht, noch hat er nicht das Recht dazu. Was zum Fick? Ach so. Ja, das hab ich halt auch nicht. Ich hab auch kein Recht für gar nichts. Ah, ist das ein schönes Spiel? Es ist die Beautiful Soul. Was ist das denn? Ich glaub, das ist voll traurig. Der Mod freut sich bestimmt gerade. Oh mein Gott, das kommt ja nicht wieder nach. Alter, der ist wie so ein Level 20-Phi. Soll ich den jetzt angreifen oder was? Ich bin ja nicht behindert. Der macht mich doch instant kaputt. Das ist sicher wieder so eine Gruppe von tausend Leuten. Kabu-Tops. Ah ne, doch nicht. Ich mach den instant kaputt. Lol. Lol, Alter. Auf was haben die mich denn hier gebufft, Junge? Das ist ja völlig Banane. Boah, jetzt hab ich hier wieder diese Kuhglockenspastis. Geh zum Händler. Wie zum Händler. Willst du mich bearschen? Was krieg ich denn beim Händler? Wie bin ich eigentlich so weit gekommen mit dem Spiel? Es geht nicht darum, ob du zum Händler willst. Es geht darum, ob du das Recht hast, zum Händler zu gehen. Mietrecht. Willst du handeln? Ja, ich will handeln. Mietrecht. Mietrecht. Was ist denn eigentlich ein geiler? Ein Captain Bang oder ein Boss Bang? Auf jeden Fall alle ganz schön harte Banger hier. Ah ne, die sind Level 19. Das ist der Boss Bang auf jeden Fall härter. Das ist so geil, wie mir so eine ganze Crew-Enourage hinterher rennt. Und mich irgendwie da halb zu Tode bufft. Und ich einfach hier... Das geht gar nicht klar. Oh mein Gott, ich hab jetzt einen Zauberstab. Kann ich jetzt C machen? Habe ich jetzt Recht? Ich hab jetzt ein Recht! Yes! Er hat Recht! Ich hab immer Recht! Womit zauberst du? Mit Recht! Mit Recht zauber ich. Jetzt greift den Arsch an. Warum greift er den nicht weiter an? Ich kann kein Auto-Hit mehr machen. Wie dumm ist denn das? Nicht dein Ernst. Aber ich muss halt immer neu draufdrücken. Und dann haut er einmal drauf. BTF, ich mach viel weniger Schaden als vorher. Und ich muss immer warten, bis mein Spell fertig ist. Und der macht halt gar keinen Schaden. Das ist das dümmste Scheiß-System eines Spieles, das ich in meinem Leben je erlebt habe. Ich bin Magier und mach mehr Schaden, wenn ich mit meinem Holzschwert Auto-Hit mach, als wenn ich Magie benutze. Ja noch, das ist bestimmt vom Balancing her extrem durchdacht, damit das nicht am Anfang schon so OP ist. Alter, scheiße, ich balle jetzt mit meinem Holzschwert weiter. Mir ist ja egal, was die alle denken. Zack, Holzschwert. Guck dir das an, wie viel Schaden ich mit dem Scheiß Holzschwert mache. Das ist doch ne, das ist so dämlich. Das hat nichts mehr mit Balancing zu tun. Das ist einfach, das ist dumm. Entschuldigung, aber ich feiere hier gerade so hart. Du wirst doch nicht begeistert von diesem Spiel. Ja, ich liebe es, ey. Ich brauche T-Shirts davon. Ich brauche T-Shirts von dem Spiel. Du wirst E-Sportler in dem Spiel. Ja, ich sage, ich bin Challenger. Wir werden, kann man gilden oder sowas machen im Spiel. Ich weiß nicht, die Entwickler haben nicht mehr das Wort Gilde gehört in ihrem Leben. Ich glaube, das Gute ist. Man kann bestimmt gilden machen, aber dafür muss man bestimmt Geld ausgeben oder sowas. Ja, du kannst ja gilden kaufen mit monatlichem Mitgliedsbeitrag. Jawohl. Und der Gilden Leader kriegt von jedem Mitglied irgendwie 10% von den Einnahmen. Aber 90% gehen an Flüff. Ich weiß nicht, man möchte ein Entwicklerstudio. Du hast doch eigentlich ne Magierklasse oder? Irgendwie hast du dich für Skilled-Lot-Chat. Äh, ne, weil hier steht eindeutig Mercenary. Und Mercenaries sind Nahkämpfer. Dafür reicht mein... Es wird ab 16... Ab erst ab Level 16 wird man... Ey, Chat, schreib mir ernsthaft, was er skillen soll. Ich habe Mercenaries geskillt und ab Level 60 skille ich Blade. Boah, Alter, lag. Lag of Doom, geil. Wenn die Gegner neu spawnen, lag das Spiel. Ja, das ist richtig so. Damit du nicht während des Spawns Gegner töten kannst. Das ist unfair für die Gegner. Achso, der andere hat sich verskillt. Denn hier, der Dings hat total fail geskillt. Der Tenendo. Ach, fehl geskillt. Quatsch. Du wirst es nie weit bringen in diesem Spiel, Alter. Ach, ich bin schon weit. Guck mal, ich bin schon oben im Norden. Jawohl. Wie konnte nur das passieren? Ich habe mich verskillt. Das hätte nicht sein müssen. Das hätte Busenhilde niemals passieren dürfen. Nein, das passiert Busenhilde auch nicht. Das ist euer Fehler, nicht meiner. Busenhilde, was ist los mit dir? Ich will auch noch mehr an die Leute, die gerade im Spiel sind. Habt ihr noch mehr lustige Sachen, die ich nicht mehr anziehen kann? Bitte, ich brauche mehr Kiraffen. Der Monst, der mit dir rumläuft, der will dir das Spiel erkillt. Mir? Ja, der hat mir zu helfen. Du erkundierst die nur die ganze Zeit. Das ist mir egal. Ich will doch die ganze Zeit nur die Vierkirchen. Was hat der denn? Was schreibt der denn? Ich witte, dass der schon mal in den Spiel. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du das spielst. Du, das kann ich auch immer noch nicht glauben. Was? Das hat der gerade geschrieben? Ja. Das gibt's doch nicht, ey. Oh Gott. Oh, wie mir so Jesus die ganze Zeit dieser Herrin. Ist so geil. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Mod weiß, wer du bist. Oder ob der einfach denkt, du bist ein normaler Spieler. Dass er einfach so froh ist, dass er so neu ist. Der geht einfach zu jedem, der neu kommt und sagt, ich kann nicht glauben, dass du das spielst. Ich kann einfach nicht. Ich bin so glücklich, dass du da bist, ey. Danke. Danke. Ich bin Support. Alter Schwede, ey. Ich dachte immer, uns hat keiner mehr lieb. Und wenn du uns unterstützen willst, dann tätige doch bitte In-App-Käufe. Das ist ein Verkäufe. Der will wahrscheinlich hier was verkaufen. Ja, ja, der arbeitet nebenbei auch noch für Dyson. Ich hab'n Pet gekriegt. Okay. Baby-Eye-Bud. Oh, danke. Oh, danke, Liare. Das ist aber nett von dir. Ich weiß nicht, wie man sich bedankt im Spiel. Ist mir zu anstrengend jetzt. Das hab' ich auch noch nicht rausgefunden. Man kann nur salutieren. Ja, das ist ja ungefähr dasselbe. So. Ich hau' jetzt weiter mit meinem Holzschwert auf irgendwelche Nutten rum. Ist der beste Stream aller Zeiten. Ich finde, du solltest nach Saint-Morning gehen. Zu mir kommen. Wat? Was ist denn dat? Ich hätte ja gedacht, ich kann dich irgendwie vielleicht... BTF, wo bist du? Du bist gar nicht mehr auf meiner Karte drauf. Ich bin ja auch in Saint-Morning. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Na toll. Ich bin wieder in so'n Gegenstand eingekommen. Kann ich nicht. Ja, ja, ich hab jetzt gelesen, dass der hier in dem kein Mod ist. Also, der Ding ist. Aber warum bin ich jetzt eigentlich hierher gelaufen? Ich level jetzt hier die ganze Zeit. Keine Ahnung, oh Jesus. Haben wir überhaupt ihr Ziel heute? Ich hab irgendwie das Gefühl, wir... Wir betrugiert das hier eigentlich. Ich hab überhaupt gar kein Ziel. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Also, du... Also, laut Beschreibung in dem einen, der mir ganze Zeit schon tippst, ach du ist richtig, du läufst rum und tötst irgendwelche Viecher. Okay, geil. Ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt gedacht, irgendwie, weiß ich nicht, es gibt mal noch so irgendwie... Nein, das ist schon alles. Gibt's keinen Raid oder irgendwas? Doch, einfach. Liare, gib mir ein Blink-Wing-Of-St.Morning. Jetzt kann ich zu dir kommen. Ja, geil. Easy. Danke, danke, Liare. Das ist aber nett von dir. Beste Liare. Ich sag's dir einfach. Du müsstest mich auch rein theoretisch irgendwie auf der Karte finden. Boah, das ist aber schön hier. Eher nicht gerechnet, so eine schöne Stadt. Das hat voll die Nintendo 3DS-Grafik. Du kannst langsam dir auch stärkere Monster aussuchen. Die sind schon zu schwach für dich. Ich weiß auch nicht, wo ich stärkere Monster finde. Folgt Dodo-Jesus, der hilft dir bestimmt. Das ist aber blöd, weil Dodo-Jesus ist auf Autofolgen bei mir eingestellt. Das wär witzig. Warum ist Dodo-Jesus auf dir bei Folgen? Alter, wie kommt man aus der... Wie kann man... Die sind Level 19. Die werden nicht stärker. Die werden eher schwächer. Die hohen. Ich muss nach unten. Was ist das hier? Ich glaube, es ist ja bei den Wohnungen. Small fly bad. Die hauen aber rein. Oh, die hauen aber rein. Oh, wei. Wei, wei, wei. Wie viele Viewer habe ich eigentlich noch? Habe ich überhaupt noch Viewer? 290. Gerade mal 500. Das gucken sich echt noch Leute an? Aber doch nicht um die Zeit. Das ist 0 Uhr. Alter, ey, was los mit euch? Gebt mal lieber schlafen, statt euch so eine Scheiße hier zu gehen. Oh, Mann. Stadthalle. Oh, ich bin an der Stadthalle. Ist ja schön. Ich hab' einen Koffi-Kasten. Aber wir kommen jetzt da raus. Raids gibt's übrigens... Ey, Marcel, dauert nicht mehr so lange. Raids gibt's am Level 70. Ach! Hä, das kriegen wir... Alter, das war easy. Alter, noch mindestens 8 Stunden, dann haben wir's geschafft. Also, anscheinend will der Mod euch echt helfen, aber man fühlt sich voll ignoriert. Wo ist der denn? Da ist irgendwo so ein Typ, der heißt Moderator. Ja, aber der schreibt nicht in den Chat. Keine Ahnung. Ja, ich hab... Ist bei mir der Mod. Aber ich... Geh dem jetzt einfach... Komm mit. Ach du Kacke. Okay, ja. Jetzt greift er so ein Handel an. Ach du Kacke. Oh, der tötet die... Boah, Alter, ist das krass. Ich hab jetzt einen Mod als Freund. Ich werd grad gefickt. Kann ich den als Freund adden? Ich will den als Freund adden. Bester Freund. I don't wanna be fucked. Drück M und guck, wo die Mobs sind. Ja, 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 klar. Und jetzt... Genau geht alle pennen. Genau geht alle pennen. Bitte. Es ist so viel weiser. Okay, und jetzt... Mod, ein weiser Mod, sag mir, was los ist. Oh, heiliger, weiser Mod, bitte sag mir, was los ist. Der leuchtet, der muss heilig sein. Ähm, ich leuchte auch nicht, wenn ich bin Mod. Yeah. Ich bin Gott. Und was soll ich jetzt hier machen? Die kannst du angreifen. Das ist ja aber nett. Das sind versklavte Nutten oder was. Wo bist denn du? Ich bin beim Mod. Guck mal auf ne Karte. Wer hebt dir... Wer hebt dir den Hilf? Ja, der sagt... Der gibt dir Quests. Die kannst du angreifen. Du bist Mar hier. Ey, das ist mein Questgeber. Der steht ganz schnell hinter mir und sagt mir, was ich machen soll. Wo bist denn du? Ich versuch dich gerade zu finden, aber auch auf der Karte ist das ja nicht mal so einfach. Kann man da ranzoomen? Ich kämpfe mit dem Holzschwert. Wo kann man ranzoomen? Die Karte? Ja. Kann nur das Fenster größer machen. Richtig dumm. Aber wo bist du auch? Ich kämpfe jetzt mit meinem Holzschwert gegen Small Mias. Nee, wo du bist? Auf der Karte. Bist du in Saint Morning? Ja, ich bin genau bei dir irgendwo. Bist genau daneben mir. Lol, wo? Hier, guck doch mal. Du hast doch gerade noch von den Nutten geredet. Ja, hier sind Nutten. Wo denn? Die sind versklavt. Wo denn? Ja, jetzt sind die weg. Da hinten ist eine. Hier sind nur Augen. Ach stimmt. Small Mias. Lol. Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Jetzt sind das so grüne Nutten mit... Alter, die treten mit ihren Fußfesselketten. Ich sterbe. Oh shit. Wie brutal. Alter, was ist denn das hier? Ey, guck mal. Ich hab was krasses gefunden. Late Game, Late Game, Late Game. Oh, Alter, was ist denn das? Hier ist lauter Stuff. Lauter Stuff. Ich sammle hier lauter irgendwas ein. Keine Ahnung, was es ist. Aber ich hab hier so ein... Siehst du das? So ein krasses Ding gefunden. Lauter Tussi. Mann. Genau. So. Boah, ich hab hier den... Ich hab hier den Schreien der totalen... Der totalen... Mide in Magic. Der Mod, der heilt mich hier. Wenn ich sterbe. Ist das nice. Alter, ich bin zu dumm da drauf zu springen. Das macht mich kill. Ich treff das... Ich treff das nicht. Das... Allein das ist schon eine Herausforderung. Yes. Warum gibt's keinen Sidestep? Warum gibt's keinen Sidestep? Das ist schon eine Herausforderung.